In diesem Video zeige ich euch, was Prototypen sind und wie man mit denen arbeitet. Im letzten Video hatte ich euch gezeigt, was Konstruktor-Funktionen sind. Wenn ihr so eine Konstruktor-Funktion habt, in der ihr verschiedene Werte erstellt, also wie in diesem Beispiel ein Array für dieses Database-Property und mehrere Funktionen, dann werden diese Werte jedes Mal erstellt, wenn die Funktion durchlaufen wird. Das heißt, wenn wir die Konstruktor-Funktion ausführen, um dadurch ein neues Objekt zu kreieren, dann wird in diesem Fall hier ein Array erstellt und diese vier Funktionen Insert, Wear, Update und Delete. Wenn wir ein weiteres Objekt erstellen, also Database ein weiteres Mal instanziieren, wird das schon wieder gemacht, es werden alle Objekt-Properties bei jedem Instanziieren neu erstellt. Im Fall vom Array ist das sinnvoll, denn wenn ihr das letzte Video gesehen habt, wisst ihr, wie das hier funktioniert? In diesem Array, dieser Database-Property, war der Inhalt der Datenbank und wir wollen natürlich, dass jede Instanz, jede Datenbank ihren eigenen Inhalt hat, deswegen braucht jede Instanz ihr eigenes Array, aber die Funktionen sind überall gleich, die ändern sich nicht. Das wäre also eigentlich praktisch, die irgendwie auszulagern und das so zu machen, dass die Objekte, die erstellt werden, also die Instanzen, diese Funktionen einfach nur referenzieren, also dass nicht jede Instanz ihre eigenen Funktionen hat, sondern dass es quasi so ein Pool gibt mit Funktionen, mit Werten, die von allen Instanzen gemeinsam genutzt werden. Geht das irgendwie? Ich würde das natürlich nicht so einleiten, wenn das nicht ginge. In JavaScript und einigen anderen Programmiersprachen, wie zum Beispiel Actionscript und IO, ist das möglich, denn diese Sprachen sind prototypenbasierte Programmiersprachen. Das ist aber tatsächlich nicht der Regelfall. Die meisten objektorientierten Programmiersprachen sind klassenbasierte Programmiersprachen. Was heißt das nun? In einer klassenbasierten Programmiersprache gibt es Klassen. Das sind quasi diese Vorlagen für die Instanzen. Wenn man aus einer Klasse dann ein Objekt bilden will, also die Klasse instanziieren will, dann werden all die Methoden, also Funktionen und Werte so erstellt, wie es in der Vorlage festgelegt ist und das ist dann die Instanz. Das ist in etwa vergleichbar mit dem, was wir jetzt bisher hatten bei dem Datenbankmodul aus dem letzten Video. Bei einer prototypenbasierten Programmiersprache ist das etwas anders. Dort gibt es Prototyp-Objekte und wenn man ein Objekt erzeugt aus einer Konstruktorfunktion, dann referenziert dieses Objekt das Prototyp-Objekt und all die Funktionen und anderen Werte, die im Prototyp-Objekt sind, können nun auch über das erzeugte Objekt erreicht werden. Das Tolle daran ist, dass man das Prototyp-Objekt jetzt auch noch verändern kann und zum Beispiel eine Funktion hinzufügen kann und diese Funktion ist dann natürlich auch über das erzeugte Objekt erreichbar. Diese nachträgliche Erweiterbarkeit ist übrigens auch was, was manche überhaupt nicht an JavaScript verstehen oder mögen, weil in diesen klassenbasierten Programmiersprachen sind Instanzen abgeschlossen, sobald die einmal instanziert wurden. Die können nicht einfach plötzlich neue Funktionen beinhalten, aber in JavaScript ist sowas halt möglich. Ich finde das eine gute Sache, vorausgesetzt man setzt das richtig ein und ist sich dessen bewusst, dass das so funktioniert. Wie geht das jetzt? Wie komme ich an das Prototyp-Objekt ran? Es geht ganz einfach. Man nimmt die Konstruktorfunktion und schreibt dahinter Prototype. Jede Konstruktorfunktion bzw. jede Funktion dadurch hat so ein Prototype-Property. Übrigens daran, dass auch Funktionen Properties haben können, seht ihr, dass selbst Funktionen in JavaScript-Objekte sind, also in JavaScript ist alles ein Objekt, was nicht Primitive-Type ist. Probieren wir das mal aus, öffnet wieder eure Konsole und jetzt erstelle ich mal eine Konstruktorfunktion, die ich Beispiel nenne. Übrigens, Konstruktorfunktionen werden mit einem ersten großen Buchstaben geschrieben oder halt der erste Buchstabe ist groß, das ist halt die Konvention bei Konstruktorfunktionen. Und jetzt erstelle ich hier ein neues Property für die Instanzen und schreibe deswegen this.number, soll das Property heißen und setze es auf math.random. Führe ich das mal aus und erstelle nun eine Instanz oder kreiere ein Objekt aus dieser Konstruktorfunktion und jetzt sehen wir, dass diese Number Property auf 0,6229 steht. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal ausführe, ist jetzt die Number anders. Jetzt steht es auf 0,483 und jetzt auf 0,611, jetzt auf 0,799, 0,540 und so weiter. Also, was ihr dadurch seht, ist das, was ich halt euch eben gesagt habe, dass bei jedem Durchlaufen, bei jedem Ausführen der Konstruktorfunktion diese Properties neu erstellt werden. Jetzt mache ich das mal anders, jetzt schreibe ich die Konstruktorfunktion so um, dass sie leer ist und jetzt greife ich auf das Prototype Property zu, da ist es schon, lesen wir das jetzt einfach mal aus und da sehen wir, dass das so ein leeres Objekt ist. Und jetzt kann ich natürlich diesem leeren Objekt eine Property anhängen, indem ich hier Punkt schreibe und jetzt schreibe ich hier dieses Number Property und setze das auch hier auf math.random und jetzt führe ich... übrigens jetzt seht ihr schon hier, die Zahl, die jetzt hier herausgekommen ist, ist 0,7026 und wenn ich jetzt neue Objekte kreiere, dann ist die Zahl 0,7026, 0,7026 und jedes Mal ist es 0,7026 und daran seht ihr, dass jetzt diese Properties nicht jedes Mal neu erstellt werden, sondern hier einmal erstellt wurden und die neuen Instanzen referenzieren diese Properties einfach nur. Ich kann auch das anders machen, statt dass ich jetzt diesem leeren Objekt eine Property anhänge, kann ich auch dieses Prototype-Objekt selbst setzen quasi, also ich kann das auf ein eigenes Objekt setzen und deswegen erstelle ich hier ein einfaches Objekt und füge hier die Property Number ein und setze die auch schon wieder auf math.random und jetzt habe ich hier ein Semikolon hingeschrieben, man darf in Objekten kein Semikolon am Schluss schreiben. Man kann ein Komma schreiben, wenn man weitere Properties schreibt, aber man darf kein Semikolon am Schluss schreiben. Das ist jetzt unsere neue Number 0,8737 und wenn ich jetzt neue Objekte erstelle aus diesem Beispiel, dann seht ihr, das ist jetzt genau dasselbe, dass wieder dieses Number Property aus dem Prototyp referenziert wird, also es ist im Grunde wie hier oben, mit dem Unterschied, dass ich jetzt diesmal das Prototyp-Objekt selbst erstellt habe und nicht nur eine Property hinzugefügt habe. Wir können auch jetzt mal eine Instanz in einer Variablen speichern, ich nenne die Variable einfach mal a, gucken wir uns mal a an, das ist jetzt genau dasselbe, wie man es hier oben sieht und übrigens, das möchte ich euch auch mal zeigen, man kann diese Properties, die über das, also aus dem Prototype kommen, genauso benutzen, genauso auslesen, wie Properties, die direkt am Objekt erstellt wurden, also ich kann hier a.number schreiben und dadurch bekomme ich dann diese Zahl, die hier im Prototyp festgelegt wurde. Aber was ich jetzt machen kann ist, das ist nämlich das, was ich euch auch eben gerade gezeigt habe, dass ich das auch nachträglich noch verändern kann, das heißt, ich kann jetzt das auf eine neue Zufallszahl setzen und wenn ich jetzt a.number nochmal auslese, ist es diese neue Zufallszahl. Das heißt, wir haben einen Wert bei a verändert, ohne den direkt bei a zu verändern, also ohne den direkt bei der Instanz beim Objekt zu verändern, sondern wir haben das im Prototyp verändert. Jetzt will ich natürlich auch noch dieses Datenbankmodul aus dem letzten Video überarbeiten und da die Funktionen auslagern, so wie am Anfang von diesem Video vorgestellt, wie mache ich das, wie kriege ich das hin? Ganz einfach, indem ich die Funktion nehme und unverändert in so ein Prototype-Objekt packe. Das database-Property bleibt Bestandteil einer jeden Instanz, das darf nicht gemeinsam genutzt werden, aber die Funktionen können halt ruhig gemeinsam genutzt werden. Das will ich jetzt mal machen. Ich kopiere mir hier den Code aus dem letzten Video hier hinein, ich schreibe das jetzt nicht alles nochmal neu. Falls es euch interessiert, könnt ihr das letzte Video ansehen und jetzt überarbeite ich den Code so, dass hier dieses Prototype genutzt wird. Wie mache ich das? Ich schließe diese database-Funktion, Konstruktor-Funktion da oben ab und außerhalb von dieser database-Funktion gehe ich nun in das Prototype-Objekt von database und kann entweder nun diesem Prototype-Objekt die neuen Funktionen anhängen oder, wie eben gezeigt, erstelle ich halt ein völlig neues Objekt und da sage ich dann, insert soll diese Funktion sein, dann halt hier kein Semikolon, nicht, dass dieser Fehler schon wieder passiert, where soll dann die nächste Funktion sein. Ihr seht, wir können die Funktionen einfach unverändert lassen. Wir ändern nur diese Zuweisung und darüber müsste es dann gleich gewesen sein. Hier noch ein Semikolon weg und ich drücke mal Enter. Es scheint zu funktionieren, wir können das mal ausprobieren. Ich erstelle mal eine Variable db und der weise ich dann newDatabase zu, also eine neue Datenbank. Gucken wir uns die Variable db mal an, das scheint alles gut zu sein und hier könnt ihr nun auch etwas sehen, wenn ihr das aufklappt. Hier ist nun als einziges Property nur das database-Property. Erst wenn ich hier proto aufklappe, habe ich auch hier die anderen Funktionen. Schließe ich das mal wieder und probiere das mal aus. Ich füge mal jetzt einfach ein Objekt ein, nehmen wir mal testenshalber einfach nur hallo Welt, lesen wir die Datenbank hier mal aus und ich bekomme ein Array mit einem Objekt und da ist hallo Welt drin. Es scheint also alles zu funktionieren. Wenn ich jetzt eine zweite Datenbank mache, dann würden diese Funktionen auch da genutzt werden. Das heißt, jetzt werden die nicht neu erstellt, sondern die werden nun von db als auch db2 von diesen beiden Instanzen, von diesen beiden Variablen quasi hier genutzt. Was ich jetzt noch machen möchte, ich möchte die Insert-Funktionen verändern und zwar möchte ich dafür sorgen, dass wenn ich ein neues Objekt einfüge, dass diesem Objekt eine ID-Property angehängt wird mit einer fortlaufenden Zahl, damit die Objekte, die eingefügt werden in unsere Datenbank immer durchnummeriert werden. Dazu gehe ich nun in das Database-Prototype und nehme mir diese Insert-Funktion vor und schreibe die etwas um. Ich kann die von hier oben kopieren und wie mache ich das? Wie füge ich jetzt nun diesem Objekt eine ID-Property an? Ich nehme das Objekt und schreibe entweder .id oder in eckigen Klammern id, das bleibt sich gleich, ich nehme jetzt einfach mal die eckige Klammernotation und setze das auf eine fortlaufende Zahl. Wie kriege ich das jetzt hin, dass die Zahl fortlaufend ist? Sie muss dann dementsprechend ein Property von der jeweiligen Instanz sein, d.h. ich sage hier mal this.index, nenne ich das einfach mal, plus plus, mit diesem plus plus zähle ich die 1 hoch, und zwar immer nachdem das hier zugewiesen wurde, d.h. angenommen this.index ist 0, dann wird die 0 diesem Objekt als ID-Property hinzugefügt und erst anschließend wird plus 1 gerechnet, plus plus. Führen wir das mal aus, jetzt müssen wir natürlich noch das Index-Property anhängen. Mache ich das mal auch an das Prototype, also d.h. ich nehme hier database.prototype.index und setze das auf 0. Nehme ich jetzt die erste Datenbank und lösche sie erst mal, jetzt müsste sie leer sein, das ist sie auch, und jetzt fügen wir mal wieder ein neues Objekt ein. Nehmen wir mal wieder hallo-welt und gucken wir uns jetzt den Inhalt an und jetzt steht hier hallo-welt id 0. Wenn ich jetzt dasselbe nochmal ausführe und mir den Inhalt wieder ansehe, ist nun hier beim ersten Objekt id 0, beim zweiten Objekt id 1, beim dritten Objekt id 2 und so würde das weitergehen. Dieser Index ist ja aber eine Property von der Datenbankinstanz, d.h. ich kann den Index auch so erreichen und ich kann den Index von außen auch setzen. D.h. ich könnte ihn jetzt einfach mal wieder auf 0 setzen und wenn ich nun nochmal ein Objekt in die Datenbank einfüge und dann db where aufrufe, dann haben wir hier am Anfang ein Objekt mit hallo-welt 0 und hier am Ende schon wieder ein Objekt mit id 0. Das verfälscht natürlich alles. Wie könnten wir das lösen? Denkt einmal kurz nach, pausiert dieses Video, ansonsten zeige ich euch jetzt, was man da machen kann. Um das zu verhindern, müssen wir dafür sorgen, dass dieser Index nicht von außen erreicht werden kann. Und wie kriegt man das hin? Wir können dafür den Functionscope nutzen. Ich kann diese Konstruktor-Funktion database nochmal neu schreiben. Wir haben hier unsere database, unser database array als Property und was ich jetzt hier machen kann, ist intern eine Variable i anlegen oder ich kann die auch Index nennen und die setze ich hier auf 0 und diese Variable kann man von außen nicht erreichen. Allerdings können auch diese Funktionen wie insert diese Funktion nicht erreichen, denn auch die liegen quasi im Prototype außerhalb von diesem Functionscope. Was ich also machen kann, ist, dass ich diese insert-Funktion jetzt doch wieder hier drin definiere. Also, das heißt, ich schreibe das genauso, wie es vorher war, beziehungsweise halt mit den Änderungen, die wir hier vorgenommen haben, dass es den Index an das Objekt anhängt. Und jetzt greifen wir nicht auf this.index zu, sondern nur auf index. Führen wir das mal aus und gucken wir jetzt mal, was unser Prototype macht. Das ist jetzt weg, denn wir haben die Konstruktor-Funktion neu definiert. Das heißt, wir müssen jetzt auch das Prototype-Objekt neu definieren. Kopieren wir das einfach von oben und jetzt erstelle ich wieder eine neue Variable, beziehungsweise ich kann die alte Variable überschreiben, aber ich erstelle eine neue Datenbankinstanz und füge hier nun wieder ein Objekt ein. Gucken wir uns den Inhalt der Datenbank mal an. Das ist jetzt wieder Hallo Welt mit ID 0 und gucken wir mal an, ob wir uns den Index schnappen können. Nein, wir können den Index nun nicht mehr erreichen. Das heißt, gucken wir auch mal, ob das funktioniert, mit dem das jetzt ID 1 da stehen möchte. Tatsächlich, das funktioniert. Eventuell fällt euch jetzt aber auf, dass wir hier zwei Insert-Funktionen haben. Einmal hier im Prototype-Objekt und einmal hier im Database-Constructor. Wie kommt es, dass ausgerechnet die genommen wird und nicht eventuell diese hier? Wenn wir die Insert-Funktion aufrufen, wird geguckt, ob bei dem Objekt selbst eine solche Funktion oder halt überhaupt ein solches Property existiert. Wenn das der Fall ist, dann wird darauf zurückgegriffen. Wenn wir eine Funktion aufrufen, die nicht als Property bei dem Objekt selbst existiert, dann wird weitergeguckt und bei dessen Prototype gesucht. Dadurch kommt das. Das sind also Prototypen und so arbeitet man mit denen. Im nächsten Video zeige ich euch, was Skalierbarkeit ist. Um das nächste Video zu sehen, klickt hier in das große Feld in die Mitte oder, falls ihr dieses Video hier in einer Playlist seht, zum Beispiel bei CSS3HTMR5.de, bleibt einfach dran!